Ja, jetzt willkommen wieder auf LINE Media. Heute werfen wir wieder einen genaueren Blick auf die Virologen und Epidemiologen, die unsere Regierungen seit dem Beginn der Pandemie mit ihren Empfehlungen zu gewissen Maßnahmen bewegt haben, die unseren Alltag seit Monaten prägen. In Deutschland wäre zum Beispiel der Chef-Virologe der Berliner Charité Prof. Dr. Christian Drosten zu nennen, dessen Einschätzung der pandemischen Lage über diverse Medien in die Öffentlichkeit getragen wurde. So zum Beispiel auch bei einem Talk-in-Berlin-Interview mit Jörg Tadeus beim Rundfunk Berlin-Brandenburg am 30. Januar 2020. Dabei wurde er auch zu einer möglichen Maskenpflicht befragt und vor sieben Monaten sagte er wörtlich, mit der Maske hält man das nicht auf, wir können nochmal separat darüber sprechen. Aber die technischen Daten dazu sind nicht gut fürs Aufhalten mit der Maske. Und nach kurzer Recherche findet man auch heraus, warum Drosten höchstwahrscheinlich Bedenken hatte, was die Effektivität der Masken betrifft. Laut einer Mathe von ABC Dust hat das Coronavirus im Schnitt einen Durchmesser von ca. 0,06 bis 0,14 Mikrometer. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel eines Millimeters. Laut einer offiziellen Studie des US-Gesundheitsministeriums NIH sind die Poren von chirurgischen Masken ca. 80 bis 500 Mikrometer breit, also bis zu 8.000 Mal größer als das Virus, welches durch die Poren hindurchfliegt wie durch ein offenes Fenster. Eine andere Variante sind die sogenannten N95-Masken, die ca. 95% der Partikel, die größer als 0,3 Mikrometer sind, herausfiltern können. Doch das Virus ist immer noch 5 Mal kleiner als die Poren der N95-Maske. Dazu ein Artikel des US Department of Epidemiology. Drosten lag mit seiner Einschätzung im Januar also goldrichtig. Durch Masken stoppen wir die Verbreitung des Virus definitiv nicht. Erstaunlicherweise hat sich seine Meinung aber mittlerweile stark geändert. Laut einem Artikel von NTV vom 16. Juni 2020 sagte Drosten, er sei überzeugt, dass die Maskenpflicht sehr stark dazu beigetragen hat, dass die Infektionszahlen in Deutschland derzeit so niedrig sind. Was natürlich impliziert, dass wir die Maskenpflicht nicht wieder abschaffen können, da sonst die Infektionszahlen wieder steigen würden. In Amerika konnte man ebenfalls genau solch einen abrupten Sinneswandel beim Direktor des NIH, Dr. Anthony Fauci, beobachten. Im Februar 2020 hat Fauci sich bei Interviews klar gegen Masken ausgesprochen, da diese keinen Effekt bei der Ausbruchsbekämpfung hätten. Dazu ein Ticke von Business Insider vom 16. Juli. Mittlerweile warnt Fauci allerdings davor, keine Masken zu tragen. Die Maskenpflicht zu verweigern sei laut ihm sogar ein Akt falscher Selbstzufriedenheit. Und weil sich Fauci, der von zahlreichen Medien schon als ein Retter dieser Zeit bezeichnet wurde, so sehr um das Wohl der Menschen sorgt, wurde ihm sogar vor einigen Tagen die Ära erstattet und er durfte den ersten Ball bei einem Baseballspiel der New York Yankees werfen, was ihm allerdings weniger gut gelang. Dr. Fauci, wenn du bereit bist, ist es dein Pitch. Dr. Anthony Fauci! Im Anschluss wurde er auf der Tribüne gesichtet, mit heruntergezogener Maske ohne Sicherheitsabstand zu seinen Begleitern, die teilweise überhaupt keine Maske mehr aufgezogen hatten. Diese Situation hat natürlich für einige Furore in den sozialen Medien, zumal die Bewohner einiger Bundesstaaten, zum Beispiel in Kalifornien, Bußgelder von bis zu 300 Dollar zahlen müssen, wenn sie in der Öffentlichkeit keine Masken tragen. Dazu ein Ticke von CNN vom 3. Juli. Für Fauci sind das laut eigenen Aussagen allerdings nur boshafte Kritiker. Er wisse, dass er Coronavirus-negativ sei und daher brauche er die Maske nicht immer zu tragen. Ja, laut den Virologen ist die Maske eine unabdingbare Brücke, bis wir den Impfstoff gefunden und in Masse produziert haben. Allerdings könne dies laut Fauci noch ein Jahr dauern. Dazu ein Ticke von CNBC vom 24. Juli. Das bedeutet allerdings, dass die Forschung in Richtung alternativer Medikamente deutlich schneller sein könnte. So hat zum Beispiel die Regierung Boliviens das Malaria-Medikament Hydroxychloroquine für die Behandlung von infizierten Patienten zugelassen, nachdem verschiedene Studien, unter anderem auch aus den Vereinigten Staaten, die Effektivität des Medikaments bei der Linderung der Symptome bestätigt haben. Auch der US-Präsident Trump, der brasilianische Präsident Bolsonaro und der Präsident El Salvadors haben bekannt gegeben, dass sie Hydroxychloroquine zur Prävention oder Behandlung einnehmen. Derweil fällt auch die Impfbereitschaft in vielen Ländern weltweit rapide. Laut einer Studie der Uni Heidelberg wollen sich derzeit nur noch ca. 55% der Deutschen gegen das Coronavirus impfen lassen, sobald ein Impfstoff auf den Markt kommt. Und wir erinnern uns noch, was der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn vor einigen Monaten gesagt hat. Zitat Mein Eindruck ist, dass sich die allermeisten Bürgerinnen und Bürger sofort freiwillig impfen lassen würden, sobald es eine Impfung gegen das Coronavirus gibt. Wo Freiwilligkeit zum Ziel führt, braucht es keine gesetzliche Pflicht. Was passiert nun aber, wenn die Freiwilligkeit nicht zum gewünschten Ziel führt? Muss man dann doch zu einer gesetzlichen Pflicht greifen? Wobei man durchaus argumentieren könnte, dass diese gegen Grundgesetz Artikel 2 unser Recht auf körperliche Unversehrtheit verstoßen würde. Also lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr von all diesen Themen haltet. Und folgt mir auch auf Telegram, dort teile ich täglich weitere Informationen. Den Link zu meinem Telegram-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, am Schluss möchte ich mich noch herzlich bei Raphael N., Walburga C. und Evelyn V. für die Unterstützung meiner journalistischen Arbeit bedanken. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Video wieder einschaltet. Bleibt in eurer Mitte. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Ciao. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.